Macht. Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie... Was für ein Arschloch. 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 Auf nach Titan. Mist. Vielleicht hätte ich doch noch nicht so zuerst nach Titan gehen sollen. Egal, ist es zu spät. Und jetzt gehen wir auch noch. Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen. Ja, aber wenn Zawala wirklich eine Gegenoffensive auf Titan aufbaut, dann können wir sie alle retten und die Stadt zurückerobern. Vorhutflotte. Hüterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben eure Signale erhalten und sind kampfbereit. Hüterschiff. Zawala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Oh, ah. Oh. Oh. Hüter bewaffnet werden und es gilt jede Menge abgefangene Übertragungen in der Rot-Legion zu entschlüsseln. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich niederhast, dann zeig es der Schar. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig. Was war das hier? Die Titanstädte aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken, die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Immer noch ziemlich niedrig. Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir im Nullkommanichts vor den Stadttoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre. Wenn es doch nur so einfach wäre. Viere Okay. Ah, das ist doch ein Witz. 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 Das ist ein Witz. Das ist doch 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 ein Witz.